Ja, ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, ihr könnt es nicht mehr sehen, aber ich bin wieder mal auf dem Samstagsmarkt, weil meine Tomaten sind aus und Paprika sind aus. 25 Lira, das sind rosa Tomaten, soviel ich weiß, gibt es das gar nicht in Deutschland, rosa Tomaten, und verschiedene Sorten, mich hat jemand gefragt, alle spritzen sie in der Türkei, also Gift, Unkraut, Vernichtung, auch sowas natürlich, und wer sagt, nein, hier ist alles ungespritzt, der lügt, okay, die spritzen hier genauso, nur ich habe mit einer Oma mal geredet, die hat gesagt, bevor sie spritzt, tut sie bei manchen Sachen, mehr anbauen, sodass die Ungeziefer das fressen und sie nimmt halt dann die guten Sachen da raus und spart sich Unkraut, Vernichtungsmittel, Pflanzenschutzmittel. Aber sie hat auch gesagt, sie hat hier einen Schalter, man muss hier echt aufpassen, dass man sich nicht jede Minute verliebt, sie hat hier einen Verkaufsstand und hier haben wir Säfte, hier gibt es Säfte und was für Säfte weiß ich nicht. Und sie hat gesagt, es gibt manche ungeziefe Arten, die gehen nur mit chemischer Keule. Und das stimmt oder nicht, weiß ich auch nicht, also es wird hier auch gespritzt, aber ich hoffe, ihr erwischt was, was nicht gespritzt ist. Übrigens, je gemixter alles ausschaut, also nicht immer vom gleichen, ein Riesenstand mit allem gleichen Sachen, desto besser ist es, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht gespritzt wird, die gespritzt ist. So, und ich habe schon gefunden, was ich suche. Da ist sie? Nein, das war hier. Abi, ja, Mantarlar, kaç lira? Abi, einigesin? Egal, 60, 150. Bu 60, bu 150. Evet. Okay, danke. So, ich gehe jetzt, ich kaufe jetzt ein, ich habe hier alles, was ich brauche. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.